Was kannst du mir heute anbieten? Hallo und herzlich willkommen hier auf Mini Mini Channel. Wie kann man uns heute um alle Achievements ausnehmen? DLC zu Starfield Shattered Space. Das ist am 30.09.2024 erschienen. Hier im Video bekommt ihr Gameplay-Material von der Xbox-Version und vom PC. Das ist alles gut durchgemischt. Über die Videobeschreibung könnt ihr wie üblich die Kapitelmarker benutzen und in das jeweilige gewünschte Achievement reinspringen. Für das Video selber habe ich deutsche und englische Titel genommen für die einzelnen Achievements. Ja, und wer das Ganze auch auf seiner Plattform freischalten möchte, der kann die kostenlose Shattered Space einfach spielen. Shattered Space war kostenlos bei den Spezial-Editions dabei. Im Hintergrund sehen wir gerade die Steam-Achievements und die sind genauso wie die von der Xbox. Für das Hauptspiel habe ich bereits ein Alle-Achievements-Video gemacht, deswegen kümmern wir uns hier nur um die 12 Achievements, die es neu gibt bei Shattered Space. Und hier haben wir sie alle einmal aufgelistet und ja, hier sind die auf Deutsch. Und zwischen den ganzen Achievements hier im Video habe ich aber auch den englischen Titel mit reingeschnitten. Aber hier die totale Übersicht. Zu dem Tag, als Shattered Space veröffentlicht wurde, gab es auch noch ein Patch, das hat viele verunsichert. Ja, wir mussten einfach das Patch herunterladen und Shattered Space nochmal separat. Und dann einfach ins Nächste irgendwo hinspringen und dann treffen wir dieses Raumschiff und dann können wir jetzt starten. Ähm? 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 Ja. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Eingehende Übertragung Dasra ruft die Station Orakel. Wir haben eure Übertragung erhalten. Euer Befehl lautet, unverzüglich einen Vertreter zu schicken. Wir haben offenbar viel zu besprechen. Ach, Sirak. Fast hätte sich deine Mühe ausgezahlt. Unser Raumschiff ist an der Stellenstation angedockt. Und wenn wir davon abheben, dann finden wir aus dem Planeten dazu und können dort landen. Die ersten Achievements sind alle Story-basiert und da werde ich nicht viel zu sagen. In deinem Zimmer bin, ist es aufgeräumt. Okay, Papa. Versprochen. Nichts mit versprochen. Du machst das gleich. Verstanden? Na gut, okay. Ich mach's. Bei der Schlange. Das hat er gesagt? Ich hab nichts gehört. Angesichts des Ernstes der Lage würdest du doch gewiss keine Scherze treiben. Es ist kein Witz. Gab es eine Art Explosion, die den Großteil unserer Stadt ausgelöscht hat. Wir haben viele unserer Brüder und Schwestern verloren. Hier an dieser Stelle können wir eine Wahl treffen. Wir müssen diese Figuren auswählen, zwei Stück davon. Und die entscheiden, wie wir im Spiel von dem Volk genannt werden. Ich hab diese gewählt und ich bin dann der Hellseher dadurch geworden. Ich verleihe dir den Titel Hellseher. Deine Ankunft und deine Interaktion mit Danasco zeigt, dass er noch zu retten ist. Wenn du mir hilfst, schauen wir mal, was wir für den Sprecher und Haus Varun tun können. Oh, und ich habe etwas, das dir helfen dürfte, sobald die Schlange dir unterwegs Prüfungen... Die Ereignisse der letzten Wochen haben uns natürlich stark gefordert. Aber ich habe dennoch jede freie Minute für meine eigenen Forschungen genutzt. Diese Phantome, der Vortex, ein faszinierendes Thema. Eigentlich hätten wir all das nur auf weniger katastrophalem Wege entdeckt. Für das nächste Achievement müssen wir auch einfach nur der Story folgen. Und dann schalten wir über Eifer als nächstes frei. Wie für alle Story-Missionen bekommen wir dafür 20 Gamerscore-Punkte. Ich habe Fanatiker nie so dreist erlebt. Ein überzeugendes Argument? Für einen Fremdling. Vielleicht sollte ich deine Anwesenheit als Zeichen werden. Die Basis, die du suchst, heißt Schattenstation Epsilon. Was du da beschreibst, würden so manche als Verrat bezeichnen. Und das zu Recht. Ganz genau. Wer verfüttert deine Leiche an die große Schlange? Deckung! Achtung! Du bist das ursprüngliche Experiment ein Desaster war. Die Fanatiker sind taktisch klug vorgegangen. Bis jetzt. Meine Theorie stimmt also. Oder besser, der Hohe Rat glaubt jetzt, dass meine Theorie, die bessere, stimmt. Und dann kommt endlich Hilfe. Wer bist du? Welcher? Du bist kein Fanatiker. Die große Schlange ist gütig. Und Sahima? Ich wünschte es wäre so leicht die fanatiker haben uns getrennt unsere brüder sind noch hier Vielleicht legst du lieber was ab einen hinterhalt überlebt man eher wenn man nicht runtergedrückt wird von nun von all diesen dingen sehr gut du hast alle rausgeholt die mitglieder deines hauses haben gelitten ich respektiere die entscheidung trotz aller meinungsverschiedenheiten möchte gender dass du dein leben im dienst an der großen schlange opferst beide möchten dass du stirbst während du verfluchte läuterst und das wort der schlange verkündet du weißt es ist wahr michael ein wahrer versprochen erlebt um zu dienen und dein tod würde niemanden dienen schwester du tust wahrheit kund ich war blind vor stolz doch deine worte lassen mich den pfad wiedersehen gut ich verwehre meinen brüdern ihren verdienten tod nicht aber ich vergesse diese sache nicht glaubt nicht dass das nichts ändert rasmer vielen dank hellseher der beweis liegt nicht in unseren worten er ist in der vision amasko ist noch in dieser welt präsent und sucht unsere hilfe na gut ich habe diesen streit gefühlt schon tausendmal erlebt und er lässt sich wohl nur beenden wenn ich diesem unsinn zustimme hellseher sprich mit inasa wenn du ihrem unsinn zustimmst können wir weiter an der rettung der stadt arbeiten wenn wir weiter der story folgen dann können wir die andere seite freischalten dafür gibt es 20 gemerscore punkte wir folgen dem mission marker und kommen dann hier zur anderen seite da gibt es viel zu kämpfen war was wertvolles dabei ich spreche in die lehre und sie antwortet mit stirbt hast du mich verlassen große schlange hörst du nicht mein flehen du hörst meine stimme aber ich kenne dich nicht obwohl du doch versprochen bist ich trau mich kaum zu fragen was bist du dienst du wirklich ihrem willen ja dein wirken ist ihr willen sie hatte den weg zu mir gewesen ich habe so viele male gerufen und immer nur echos vernommen doch du fremdling du wirst mich und so wirst du mal polvo diese phänomene sind rational nicht zu erklären das ist die essenz des glaubens ich weiß nicht was vor uns liegt meine vision reichte nur bis hierhin aber ich bin mir sehr sicher dass diese verbindung noch wichtig ist sehe ich auch so und jetzt arbeiten wir weiter daran die häuser miteinander zu versöhnen wir schaffen es schon das morning gerät fertig zu stellen ich habe alle ich bin so hin geschnitten wie ich sie auch frei geschaltet habe und hier das ende mit schrecken kam zu zwischen den ganzen story missionen aber nur das wir müssen dafür 25 25 25 25 25 25 25 25 26 Das war's. Und das sind Rieseteile hier. Und weiter geht es mit dem nächsten Story-Kapitel. Und das ist eine Frage der Überzeugung. Da schalten wir frei, wenn wir die ganzen Story-Missionen der Reihe nach durchspielen. Und das ist in diesem Missionsstrang Häuser in Einklang bringen mit dabei. Victor, das ist Anaskus Auserwählter, von dem Lovic sprach. Er sprach von einem frisch ernannten Versprochenen. Und wir brauchen keine Hilfe. Erst recht nicht von einem Fremdling. Das Geländer ist besetzt. Und nein, ich will keine Gesellschaft. Beric-Vetal. Und warum sollte ich etwas über den Thronerben wissen? Ich bin ein Niemand. Du hast gerade die Frage des Tages gestellt. Das Schlimmstmögliche. Ich meine, ja... Geht nicht. Denn ich... Tane. Er hat mit Tane darüber geredet, den Planeten zu verlassen. Die besiedelten Systeme zu sehen. Wir dachten nicht, dass er das ernst meint. Aber vielleicht weißt Tane ja was. Schön, dass wir auf derselben Wellenlänge sind. Er ist bestimmt unterwegs zum Hochland. Wohin genau, weiß ich nicht. Aber das kann ich noch herausfinden. Ich bin ein Niemand. Ja, das verlassene Lager ist ein bisschen verbuggt. Ähm, naja, es soll eigentlich ein paar Mischmarker geben, die aber nicht immer auftauchen. Ich habe das hier jetzt als Lösung so zusammengeschnitten. Also wir brauchen als erstes auf dem Tisch, welche Reihenfolge ist eigentlich egal, aber auf dem Tisch liegt eine Datenslate, die müssen wir lesen. Da ist sie auch. Dann müssen wir dieses Vieh hier finden. Und diese Mischmarker kann man ganz schlecht sehen, die kommen auch nicht immer, je nachdem, welche Perspektive man einnimmt. Dann gibt es hier noch eine Datenslate und dieses Tracker-Teil, das müssen wir auch finden. Dann müssen wir diese Blutspur auslösen, da ist auch ein Mischmarker dran. Und letztendlich hier da ganz klein in der Ecke die Fußstapfen entdecken. Wenn wir das alles haben, müssen wir erstmal eine Runde kämpfen. Was zur Hölle ist das? Dafür trämiere ich! Dich bremst ihn die Verletzung so stark aus, dass wir ihn einholen können. Mal sehen, was wir unten finden können. Und mit wir meine ich dich. Kein Schritt weiter, Fremde. Verratet mir, warum ihr unerlaubt mein Grundstück betretet. Haus Vitals Erbe? Jetzt verstehe ich es. Du hast ihn gesehen? Werik? Dann müssen wir wohl einfach warten. Ich habe wohl ungeladene Gäste. Wie wär's, wenn ich eine Erklärung kriege? Boah, 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 hey, ich bin's, Jane! Das stimmt. Aus Vital und das Staatsministerium gehören zu den fanatischsten und drakonischsten Häusern. Wer sich abwendet, muss mit extremen Konsequenzen rechnen. Wie du jetzt weißt. Wie sehr ich auch versucht habe, mit ihm zu reden. Mein Vater wollte mich nie gehen lassen. Meinen Ring? Den hat Vasti mir gegeben. Er ist alles, was mir von ihr bleibt. Die Katastrophe hat alles von ihr vernichtet. Ihre Existenz vollkommen ausradiert. Außer diesem Ring. Was hast du getan? Werik! Dieses Blut klebt an deinen Händen, Viktor. Vergiss das niemals. Zahimas Arbeit und Algorithmus waren noch wichtiger, als ich gedacht hatte. Hat Viktor endlich den Zugangscode rausgerückt? Exzellent. Endlich haben wir die Mittel, um das Morninggerät voll aufzuladen. Also hoffen wir, dass Haus Doolkiff ebenfalls etwas tun wird. Wir kommen dem Ende näher und als nächstes können wir dann hier. Exxonierung der Vergangenheit freischalten. Und das ist auch eine der letzten Missionen. Hierfür gibt es natürlich auch nur 20 Gamerscore-Punkte. Das Timing kann einfach kein Zufall sein. Anasko kam ungewöhnlich gut gelaunt von der Städte zurück. Er prallte mit einer Vortex-Sperre. Angeblich der Schlüssel, um irgendein unbekanntes Potenzial zu entfesseln. Alle Aufzeichnungen über diese Sperre gingen mit der Zitadelle verloren. Und die alte Städte, unsere entsandten Verwalter kamen nie zurück. Sie hatten Zugangskarten dabei. Als sie weg waren, habe ich eine gefunden. Ich wollte sie erst benutzen, aber hatte Angst, Ärger zu bekommen. Kavil meinte, er wird sie zur Sicherheit aufbewahren. Er hat sie. Wem sie gehört, ist egal. Es geht allein um ihre Funktion. Wie auch immer. Ich glaube, ich sollte sie lieber den Behörden übergeben. Du weißt, dass alle dienen müssen, Kavil. Im Moment dienst du der Schlange am besten, indem du die Schlüsselkarte hergibst. Ich wollte nur dienen. Das schwöre ich. Aber du hast recht. Hier. Warnung. Spannungsschwankung überregistriert. Umleitung aktiv. Entwässerung... Du bist nicht willkommen. Verschwinde unverzüglich. Das ist die einzige Warnung. Du hast die Wahl. Aber wenn du nicht umkehrst, kann das hier nur auf eine Weise enden. Jinan Varun selbst hat uns den Schutz dieser Einrichtung auferlegt. Es war sein letzter Befehl. Und wir werden ihn befolgen. Das wäre durchge fermentiert. Deutscher SelbstrichtIlmes rein. Da ist ein đượczüglich. Schmall das rausgerufen. Rest von ёern und f pers Adrianetp, Sions- und drugstoreck6net Das macht so ganz dribbar sein. Das wird wohl schwieriger, als wir erwartet hatten. Das Werk hier hat uns für alle Zeiten an diesen Ort gebunden. Wir sind hier, um ihn zu schützen. Wir sind ein sehr effektives Team. Warnung! Energienetz instabil. Eindämmungsfelder versagen. Gefahr der Überlastung von Backup-Systemen. Sofortige manuelle Abschaltung missholen. Wir müssen mehr bieten. Nein, kannst du mit dir nicht setzen. Nein! Nein! Du Narbe! Stell dich übernicht! Haus Marlen mag vieles sein. Jedoch nicht verloben. Mein ganzes Leben zerstört. Ich kannte nie etwas anderes als die Farm. Jetzt habe ich nichts. Haben wir die große Schlange so beleidigt? War das nicht genug? Der Wissenschaft gewinnt jetzt nach einem Jahr. Gelegentlich zeigt sich ein Funke des Göttlichen. Die große Schlange wird das noch brauchen. Und auch dich. Dein Timing ist ganz ausgezeichnet. Wir können nun beginnen. Nur noch schnell ein paar Vorbereitungen. Benötigte Verbindungen herstellen. Und dann geht es weiter mit die Schuppen-Zitadelle. Da können wir auch 20 Gamerscore-Punkte freischalten. Und danach kommen andere Achievements. Der letzte Schlange hat nicht mehr. Die Schuppen-Zitade. Die Schuppen-Zitade. Die Schuppen-Zitade. Konzentration. Strahl hat Ziel erfasst. Nur er kann mit Anasco kommunizieren. Rette so viel du kannst. Rette alles, wenn möglich. Aber der Sprecher hat Vorrang. Du musst Anasco um jeden Preis zu uns zurückbringen. Du bist wirklich hier. Ich fürchtete, was ich sah. Unsere Verbindung war nur eine Vision. Ist das real oder nicht? Du stirbst heute. Verdammt sollst du sein. Doppelz! Doppelz! Okay. Endlich ist es soweit. Komm, sieh selbst, was du gerettet hast. Bei allem, was schiefgegangen ist und verloren ging, hatte ich keine Hoffnung mehr. Diese tapferen Freiwilligen sind der großen Schlange treu ergeben und warten darauf, unsere ersten Soldaten sein zu dürfen. So kann Haus Varum eine Kriegswacht von historisch einmaliger Größe entfalten. Die Nan Varums Auftrag kann erfüllt werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ist eine große Herausforderung. Das ist eine große Herausforderung. Das ist eine große Herausforderung. Spannende Musik Nicht! Richtig. Zeig, was du kannst. Nein! Ich bin getroffen! Das stimmt! Geht aber gut. Geschafft! Ja, ich bin nur noch bereit. Tja. Mach nur noch einer! Mach nur noch einer! Puls mal! Du gehst in den Lern, na! Was hast du getragen? Nun wird die ganze Zika-Belle in den Vortex gezerrt! Wegen dir sind wir alle verloren! Brüder! Alle zu mir! Ja! Verdammt zuerst zu sein! Wenn der Sprecher zum Kreuzzug aufruft, folgen wir ihm. Ich kann euch versichern, dass er das wirklich glaubte. Dann stimmt Haus Vital zu. Der Kreuzzug beginnt. Und da das nun geklärt ist, werden wir uns zurückziehen. Du hast viel durchgemacht und verdienst eine Chance, dich auszuruhen. Das Haus gehört natürlich dir. Leia, du hast dir deinen Platz unter uns verdient. Wisse, das Haus Varun dir für deine Leistungen ewig dankbar ist. Und dir ein Platz an der Seite der großen Schlange gewiss sein wird. Hasmar war erst seit kurzem ältester und wird nun schon Sprecher. Hoffentlich ist er bereit. So, wir haben unsere eigene Hütte, unser eigenes Haus hier freigeschaltet. Und durch das Ende der Hauptstory. Und wir machen jetzt weiter mit den anderen Achievements. Da gibt es noch vier Stück bis zwölf. Das große Unbekannte. Für das Achievement müssen wir 50 Orte aufdecken. Und das tue ich jetzt hier gerade, dass das die Karte, der Zustand, bevor es ausgelöst wird, das Achievement. Das Besondere an der Karte ist eben, dass du nicht nur die Stadt hast, das was du auf der Karte siehst, wenn du zum ersten Mal hier ankommst. Sondern, wenn du zum Rand der Karte gehst, geht es dort weiter und die Stadt ist dann gar nicht mehr sichtbar. Es gibt handcrafted Orte und es gibt zufallsbasiert hergestellte Orte. Ja, und beide können wir nutzen, um dieses Achievement freizuschalten. Schalten. Schalten. Als nächstes kommt endlich Erlöst. Und da sollen wir 10 Erlöste besiegen. Und das ist egal, wie man sich in der Story entscheidet. Da gibt es ja auch eine Auswahl. Du wirst alle Achievements freischalten können. So eben auch dieses Achievement. Es ist auch nicht notwendig, die in der Story zu machen oder ganz woanders. Es ist egal, wo. Hier sehen wir, das ist eine ganz normale Random-Zufe. Arbeitsbasierte Zuflucht oder Versteck nennt sich das im Spiel. Und da sind gleich drei Stück auf einmal drinne. Und ja, das ist egal, wo man hingeht und was man spielt. Die Erlöste kann man auch nach der Story überall jederzeit antreffen. Derart abgeschiedene Anlagen dienen nur selten offiziellen genehmigten Projekten. Ich habe das oft gesehen. Ich habe das oft gesehen. Ich habe das oft gesehen. Da musst du mir schon mehr bieten. So! Ich bin getroffen! Das mal an! Oh! 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 Haha! Der war gut. Was ist das? Als nächstes können wir ein Achievement freischalten. Und zwar neue Granaten haben wir seit Shattered Space im Spiel. Und natürlich gibt es auch dafür ein Achievement, dass man die herstellt und benutzt. Wir können mit dem Forschungslabor jetzt auch Munition herstellen. Das ist ziemlich cool. Und Vortexgranaten können wir dann über die industrielle Werkbank herstellen, wenn wir das Ganze freigeschaltet haben. Damit das klar ist, nur zur Selbstverteidigung. Wir brauchen dafür, für die Herstellung, so, das sehen wir hier, aufgeladene Dioden und magnetische Dioden. Und die bekommen wir zum Beispiel auf Aquila bei Rebecca. Hieß die Rebecca? Keine Ahnung, kann ich jetzt nicht nachgucken. Also im Waffenladen auf Aquila. Dann können wir uns eindecken und dann können wir an die industrielle Werkbank rangehen. Und ja, wenn wir alles hochgepimpt haben, unsere Skillbauung und dazu befähigt sind, was herzustellen, dann können wir die Vortexgranaten herstellen. Und dann müssen wir jeden Typ herstellen. Und anschließend sehen wir gleich noch ein bisschen Gameplay dazu. Und dann können wir die Vortexgranaten herstellen. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Nicht bammeln in Auge. Hau. Das war's für heute. ARD Text im Auftrag von Funk Zu dem nächsten Achievement gibt es unterschiedliche Aussagen im Internet. Das heißt, man muss anziehen, einmal spielen. Ich habe aber nur drei vorher gespielt und dann mit diesem Achievement das freigeschaltet, also mit dieser Mission und ich glaube mit eingeteiltes Haus, wenn wir dies im Einklang bringen, das ist eine sehr lange Mission, dann schalten wir das Achievement frei und es kommt darauf an, wann du das spielst und abschließt. Also man muss auf keinen Fall alle zehn Nebenquests erledigen. Man muss auch nicht fünf oder sieben erledigen. Wie gesagt, ich habe das Achievement mit dieser Mission freigeschaltet und die habe ich als vierte gespielt, also drei kleinere davor. Und ich mache euch nur einen kleinen Zusammenschnitt, weil die unendlich lang ist, also die ist genauso aufwärtig wie eine Hauptstory. Und auch in dieser Mission haben wir ganz viele Entscheidungsmöglichkeiten, wie wir uns letztendlich entscheiden. Das hängt davon ab, was wir tun wollen. Ich glaube dir nicht. Deine Worte haben mich verunsichert. Und da ich nicht weiß, ob der Versorger uns verraten hat, soll dieser Kampf die Entscheidung bringen. Du warst fleißig, Hellseher. Du bist wie ein Orakel, dass du alles so rasch rausgefunden hast. Ich hätte nicht gedacht, dass du das so schnell hinbekommst. Aber bevor du in diesen Raum gehst, muss ich dich fragen, ob du einen stichfesten Beweis hast. Wie enttäuschend, Konvertit. Warum sollte ich gestehen und sterben? Diskutiert ruhig. Es kann nur einen Ausgang nehmen. Ich weiß nicht, was für Beweise du hast, aber ohne etwas... Wir werden sehen, welches mehr Gewicht hat. Die große Schlange enthüllt dich. Meine Augen! Danke, dass ihr hier seid. Wir dürfen uns einig sein, dass die Vorwürfe für diese Tat schwer wiegen. Es ist umso schockierender, dass die... Auf Grundlage welcher Beweise? Haus Kadik handelt nicht. Dein... Weder würde ich diese Behauptung ohne guten... Hellseher? Du hast das Wort. Auf dieser Slate steht dein Name. Was hast du dazu zu sagen? Das Attentat kommt uns zu Pass, aber... Wir brauchen einen Beweis, dass Mujin dahinter steckt. Zu Befehlverweiterin. Erst deine Beweise überzeugten mich davon, dass wir ihn verurteilen können. Insgesamt bin ich äußerst dankbar. Ich werde das mit dem Käpt'n der Wache besprechen. Danach ist unser Anteil hierbei erledigt. Jinan segne dich dafür, dass du ermittelt hast. Und persönlich möchte ich dir dafür danken, dass du den Mörder meines Cousins erwischt hast. Aufgrund des Vorfalls und... Aber der Abschluss dieses Falls dürfte mir... So, das war's. Alle Achievement in Shattered Space freigeschaltet. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag hier auf YouTube. Bis dann. Tschüssi. Das war großartig. Hier gibt es viel zu stöbern. Weißt du, was du brauchst?